um viele Fels und so das ist etwas jetzt das ist das Papier mit mir passt zu können nicht wenn ich nicht gut auch nicht das kann fast genau unter den Hausten Lava See Oh, dankeschön Wo ist der? Im Fluss Na, also noch am Fluss da Am Fluss? Drehst du jetzt von der Oberfläche noch? Ja, unter den Hausten Unterwasserflüsse, also sehr ruhig Unterwasserlava, ja Die Unterwasserflüsse, der kennt sie nicht Also unter Wasserflüsse Das ist eher ein neuer, aber ... Also ... So heimtukig Diamanten Cool, das hat mich觸 André Blödsinn Das ist doch schon wieder los hier Max, ist ihn der Name Schönfühlig, ich habe Diamanten Du brauchst jetzt nicht in Deckung, geh nicht. Äh, ich nicht immer, falls Lava kommt, ich hab kein Bock da reinzubreiten. Was ist denn, ich komm denn, weil ich brauch die Lava? Äh, ich ist nicht wirklich beim Stoopmein. Mein Gott, warum? Weil, äh, irgendwann Lava kommen könnte und ihr voll, du... Ist dir dein Name, Pascal? Naja. Wieso, ihr? Pascal ist bis jetzt immer in Lava geschwommen. Schatz... Das hat mit Creeper gespielt. Ich hab sechs Diamanten... Ich hab sechs Diamanten. Ja, ich hab sechs Diamanten. Ich hab sechs mit Diamanten. Ach so. Warum? Weil ich nicht angehe, noch umsonst. Ah, ne, das ist wirklich ne schlechte Frage. Brauchst du dich grad zu mir? Ja, aber ich brauchte die Lava. Ich hab schon weggebaut. Ist mir egal, boah ich's wieder frei. Du bist ja nur ein unterirdischen Weg zu mir haben. Ne, wir wirklich die Lava haben. Um da zu bauen. Als Waffe. Das ist ein bisschen Pascal. Aber ich bin sofort wieder weg, damit ich, ähm, mir erst mal... Noise Equipped machen kann. Und da ist ein Zombie im Eingang. Alter, wir werden müssen da noch bohden, dann bin ich schon vorbei. Du bist grad genau im Eingang. Guten Tag. Danke. Ich geh dir um aus dem Weg. Das war ich gerade. Ja, ja, das hab ich gemerkt. Guten Tag. Hallo. Warte mal, komm kurz her, komm kurz her, komm kurz her, komm kurz her. So was würd ich jetzt eigentlich machen? Warte. Ey, das ist auch Dias. Guck was ich noch habe. Ne, Diaspitzacke. Ne, jetzt weiß doch was ich so gut mit der Lava. Ach so, Obsidian. Ja, einen Zaubertisch kriegt man anders. Ich weiß nicht. Ich hab auch noch Bücherregal. Hab ich schon Leder hab ich fast. Schön zaubertisch, warum man keine Bücherregale, Sascha. Ja, aber dann so verzaubert. Ne, der stimmt aber auch noch Bücher. Drei Leder, die könnte ich dir geben, wenn du willst. Ich hab elf Leder. Nö. Aber du kriegst sie sowieso nicht von mir. Aber warum nicht? Das macht mich jetzt total traurig. Ja, das sollte es auch also. Sonst komm ich mit meiner Sinn. Ist das nicht immer der Sinn? Da war ein Creeper. Ihre ganze Familie wurde ausgerautet. Das macht mich jetzt einfach traurig. Die Botschaft war auch traurig. Ach so, das meinen Sie ernst? Darüber macht man natürlich keine Späße. Doch, klar. Nein, davon nicht. Doch. Oh, Eisen. Das ist ganz böse. Vielleicht, wollte ich auch deine Familie aus. Für das aber auch nicht. Ne, das macht schon die Krankheit. Die Krankheit. Weil ich schwimme die auch immer Lava, was kann? Ne. Ne. Da, 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 da. Ich kaufte mir einen, oh, Fan. Oh, 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 Fan. Das war schon wie es macht. Ne, das soll aber nicht mies sein. Ne. Das sehe ich gar nicht ein. Ne, nein, nein. Doch. Da kann so viel doch sein, wie du willst. Mach ich auch. Na schön. Wenn du siehst. Mich? Bist du der Einzige. Genau. Bist du raus. Wann ich wo? Ne, anst du? Nö, anst du? Dies du? Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Ich schaue. Oh, ja. Was macht der da? Ich schaue mich ein. Ach so. Oh, weah. Ich schaue mich ein. Gut, ich schaue mich anzüllen. Sehr führe dich. Ich schaue mich anzüllen. Oh, ja. Ich schaue mich anzüllen. Das ich schaue mich anzüllen. die ruhig mit so wer hat es kommen in zehn Jahren vorbei du Manko er hat er ist er war wir werden denn der billige Zimmer gestorben mit ist wichtig ja mit persönlicher Wort oder war ha ha wo das war witzig nirgends nicht und habe schon gesagt nicht witzig das war nicht ich habe gesagt nicht doch es kann nicht das wird die Aufnahme beweisen warum die 6 Uhr drauf ein wenig verarschen will und als lustig ist so ist kein zweiter ein und und ist ein ganzes Passgeld ausbauen die Tee vorhin natürlich nichts weiß mit ganz viel Tee und so das stand auch nur und ich brauche die Amapur die in die Amapur ja und ich kann schlecht singen oder ist klar da muss ich was so in die könnte doch in Nein, die können nicht mal gegen meinen singen, abstimmen. Nein, es geht nicht. Nein, das wollte ich nicht sagen. Was muss ich denn sagen? Ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Also lasse ich es lieber. Bespreche ich lieber vor noch mal mit euch. Okay. So, illegale Dinge und so. Also so wie immer. Geben wir nur weiter, wir drehen ja ein Porno. Komm, wissen wir so das Geilste. Geht's bitte weiter, wir drehen ja ein Porno. Schluck trinken. Da grüßen wir den Simon Cosimo. Genau. Der guckt uns bestimmt. Na klar, also. Oh, ich würde nur eisen. Ich brauche doch die, Mann. Was, Kai, ist jetzt die ganze Zeit in meinen? Ich bin jetzt schon wieder raus und ich brauche, äh, Zuckerrohr. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ey, atze. Ne, ich gehe nicht nur mäh, meinen mähn. Mähn, mähn. Mähn, mähn. Mähn. Also, ich bin hier wie immer mähn. Äh, wir nicht interessiert. Ja, weil wir so auch nicht doch, äh, ich... Klaus, hallo, wava. was war das das war Sascha nein ich hab grad zum schwarzen ähm zum schwarz Ding auf meinem Bildschirm einfach so Kästchen schwarze Ding was war das Ding nein so ein Ding auf jeden Fall nicht achso jeder kann das Ding jetzt für sich interpretieren schlimmer als meine Interpretation kann kann es nicht werden sicher ich meine Polizeiknüppel Prozent Spuren jetzt kann ich nicht Lüge Lüge er hat sich nicht mehr an wie ein Stück ein Stück Scheiße Stelz-Statt-Mamor Rössich an die ein Stück Marmor genau das ist das war zu bestimmten Coret Stuhl das kann sein Problem mit dem nicht so unterirdischen Tunnel zu dem Bau wenn du mich damit erzählt nicht irgendwie treu kannst Trollololo nein ich will die könnte auch eine Bahnverbindung zwischen uns drei bauen könnte auch sein lassen das kann man natürlich auch es tut so mag es kann ich auch den Weg bauen was uns Goldfarben wird 200 Meter von dir entfernt ne das macht es nicht mehr ich möchte dass meine Insel mit denen Festland verbunden ist er ist es aber schon runter es ist eine Insel es ist eine Insel nichts gegen meine Insel ich schlitt sich auf das möchte zeigen was du da für eine Insel hast ja dann brauchst du die Insel schnell um war das letzte Welt wird zerstören da baut sich selber das sind die GmbH schüttet sein Kanaden da muss ich glaube die Töte er heißt nicht Fluffy er ist er dann Prozent ich habe Prozent für die Tüten für die so viel das eigenes ein eigenes Götchen also die Skilette Ola war ich glaube sie müssten ein Netzbetten machen wo ihr beide voll auf die Fresse von mir kriegt er hat auch die Brüder verweckt ist hl siehst du ich bin mit Fressen nachdem ich verweckt bin das ist ein Verleihungsortes als geschieht ist ich habe ob sie gerne ob sie sich die jahre als ob ich auch so viel ich bin mit und gut tritts bei der Würde ich zerstöre gerne ich habe eine Steinschaufel ohr ja es ist auslöp ne gefiltert ist sie eigentlich nicht also keine gefährliche Steinschaufel Stoffel Steinschaufel Steinschaufel ja das ist schon Hardcore es war mies leck 1 und ist zu haben hat Schönen wir haben ich kann nicht er kann so nicht das wird auch nicht ich möchte ich nicht Prozent du brauchst doch anstreben also kannst du nicht ein bisschen das ist alt wird so ein bisschen dreieinhalb hoch dreieinhalb hallo spinnen das war aber angeht welche höchste eine wohnung Pascal ich bin schon auf um 50 ja die Kunststück genau über mein Bett ob ich meinen ich komme unter dem Bett raus ich über dem Bett noch weiter denn die Geräusche der war nicht trotzdem lach ich oh ich über Lava äh wen interessiert na mir, weil ich da mal gerne reinspringe na mir mir interessiert was habe ich jetzt falsch gesagt was gesagt? na mir das ist mich interessiert mir interessiert das verstehst du? kann man aber auch sagen? nein nein, ich kann man nicht das jemanden äh das jemanden das habe ich Sascha entdeckt ja wo er wird schönes großes Haus muss ich sagen zwei Türen so das ist das Highlight von meinem Haus zwei Türen hast du mich schon wieder entdeckt oder was? ne die Fenster habe ich noch nicht ja da sind noch keine Fenster drin aber ich habe schon die Öffnung wir brauchen schon Fenster und schon immer überbewertet Fenster werden überbewertet ne die werden unterbewertet das ist ja das ist ja